Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Lustring. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Lustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Jenny. Und dies ist Folge 65 des Podcasts Rund um den Lustring. Diesmal ohne Gast, diesmal sind wir nur zu zweit, Jenny. Genau, ja. Und wir wollen heute reden über das 2-0 des VfB gegen Fürth. Wir sind, um das vorwegzunehmen, immer noch Tabellenführer. Wir sind immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Über das Spiel, wie das 2-0 zustande gekommen ist, wollen wir gleich mal reden. Und 2-0 ist es ausgegangen, wie gesagt. Und wir können uns vielleicht erstmal kurz die Reaktionen von euch auf Instagram diesmal und auf Twitter durchlesen. Auf Facebook kam diesmal nichts rein. Ich würde mal mit dem Campino 33 anfangen. Schlechteste Saisonleistung, aber höchster Sieg der Saison. Fandst du es auch die schlechteste Saisonleistung? Ich finde es schwierig zu sagen. Es gab natürlich Momente, in denen das Ganze nicht so gut aussah. Aber ich fand halt, durch das das Fürth mitgespielt hat, hat man halt schon deutlich mehr gesehen. Wie zum Beispiel bei Spielen gegen St. Pauli, wo die Mannschaft einfach zu elft hinten drin stand und gar nichts ging. Oder gegen Aue zum Beispiel, wo du das nicht angucken konntest. Fand ich jetzt bei dem Spiel schon, dass du gute Aktionen auch nach vorne hattest, die auch irgendwie ganz schön waren zum Anschauen. Die Abwehr hat mir halt irgendwie nicht ganz so gut gefallen. Holger Badstuber hat da schon sein Bestes gegeben. Aber irgendwie hat man sich irgendwie teilweise echt leicht auskontern lassen. Wobei man sagen muss, dass es trotzdem noch glimpflich ausging. Also die Fürther hatten da halt echt... Ja, das war ich gerade bei Aue entführt und die Fürther-Richtlichen. Deshalb muss ich jetzt gerade kurz in meinem Kopf überlegen, ob ich es richtig gesagt habe. Ja, wobei es einfach auch echt ein bisschen glücklich war, dass die echt keinen getroffen haben. Also ja, dreimal, glaube ich, haben sie an die Latte geschaffen oder zweimal an die Latte und einmal auf den Torwart. So genau, ja, also von dem her war es schon auch ein bisschen glücklich. Aber andererseits für mich war es im Umkehrschluss auch verdient. Wir hatten halt auch ein bisschen das Pech, dass wir halt eigentlich schon in den ersten 19, 20 Minuten zweimal wechseln mussten. Und dementsprechend war halt eigentlich irgendwie die Flexibilität nicht mehr so ganz gegeben, dass Tim Walther da jetzt noch in irgendeiner Art und Weise hätte reagieren können. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass uns das ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, es war einfach schwierig. Also ich glaube, der hätte vielleicht schon dann noch den einen oder anderen reingebracht, also einen anderen Akzent gesetzt, gerade vorne in der Offensive. Hatte aber halt einfach nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ja, also irgendwie, wir saßen da und dann hat er zu mir gesagt, naja, Mario Gomez weiß jetzt eigentlich auch schon, dass er schon durchgehen kann, gell? Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB wieder das Problem hat, den Sack so zu machen. Da habe ich jetzt schon zur Halbzeit irgendwie getwittert. Vielleicht probiert man es ja wieder mal mit Mario Gomez. Ja. Weil, wie du schon sagst, das war ja eigentlich nicht so, dass die sich hinten reingestellt haben, so wie Aue oder Rostock. Ja, genau. Die haben sogar, finde ich, ziemlich stark gepresst und waren ziemlich gut mitgespielt. Ist eigentlich fast schon untertrieben. Sie haben uns eigentlich fast schon teilweise dominiert, weil sie einfach stark gepresst haben und uns keinen Raum irgendwie gelassen haben, um dieses Passspiel aufzuziehen. Und das hat zwar Regensburg letzte Woche auch schon so probiert, aber ich habe das Gefühl, dass Fürth irgendwie noch das wesentlich aggressiver, wesentlich gefährlicher war als Regensburg, weil Regensburg letzte Woche dann irgendwie, dem fehlte dann irgendwie was. Und Fürth war wirklich über die gesamte Spielzeit wirklich anstrengend, um gegen die zu spielen. Ja, also so ein Gefühl war eigentlich... Ja, genau, das auf jeden Fall nicht. Ich habe halt so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass Fürth so ein bisschen die fittere Mannschaft war. Die haben das deutlich länger durchgehalten wie Regensburg letzte Woche. Das ist vielleicht auch einfach... Das Gefühl hatte ich auch. Ist der Kader da einfach schon ein bisschen mehr auf diese Liga halt auch eingestellt? Die Regensburger waren Aufsteiger, gell? Die sind aufgestiegen, als wir auch aufgestiegen sind. Die sind schon das zweite Jahr in der Liga. Ja, ja, okay, gut. Dann hatte ich das falsch im Kopf. Ich hatte der Meinung, die waren die sind erst aufgestiegen. Ja, aber trotzdem natürlich ist halt Kreuter Fürth mit einer langjährigen Erfahrung in der zweiten Liga einfach auch irgendwie so... Ja, die kennen das schon, wie sie da spielen müssen und sind dann halt auch entsprechend gefestigt. Und haben auch... Ja, so ein Julian Green zum Beispiel ist ja auch ein Spieler, der nach vorne hin relativ viel Potenzial mitbringt. Das haben wir bei uns ja eigentlich auch gesehen. Der hat da in der zweiten Liga auch relativ gut gewirbelt. Ja. Ja. Ja, wir haben ja gerade schon diese Wechsel angesprochen. Ähm, das erste war, dass Clement reinkam für Castro, der wiederum Clement in der Startelf ersetzt hat. Ähm, ich habe so vorm Spiel mir gedacht, naja, eigentlich ist es mir relativ wurscht, ob Clement oder Castro spielen. Die haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Wie war es bei dir? Hattest du da eine Präferenz? Hättest du lieber Castro oder lieber Clement da gesehen, von Beginn an? Also, ich finde halt, ähm, Castro ist halt durch das, dass er schon echt ein erfahrener Spieler ist und halt auch in der ersten Liga ein relativ erfahrener Spieler war. Ähm, der hat halt schon seine Stärken. Und wenn der halt gut drauf ist, dann kann der halt schon auch mal durch eine Standardsituation oder sowas was ganz Gutes auslösen. Ich kann den Clement jetzt irgendwie für mich noch nicht so richtig einschätzen. Ich habe den noch nicht so viel spielen sehen. Ich glaube, aber ich möchte mich jetzt nicht festnageln, dass der vielleicht manchmal ein bisschen schneller und wendiger ist noch als Castro, weil er ja auch noch ein bisschen Lüge ist. Aber, ähm, grundsätzlich, ja, wie gesagt, das ist das, was du auch sagst, da gehe ich eigentlich voll mit, dass beide ihre Vor- und Nachteile haben. Hm, der hat ja schon sein zweites Tor vorbereitet, Clement. Äh, ich habe vorhin nochmal geguckt, ob es wirklich Clement war, der diesen langen Ball geschlagen hat. Das scheint so ein bisschen sein, sein Markenzeichen zu sein. Was mich ein bisschen geärgert hat bei ihm ist, dass er diese eine Chance nicht reingemacht hat. Weil der hat ja letztes Jahr, also es hieß ja so, okay, das ist ein Spieler, ähm, den kannst du sozusagen, äh, holen und direkt in der zweiten Liga einsetzen. Der kennt die Liga, der hat ja mit, für Paderborn, glaube ich, 16 Tore letztes Jahr geschossen. Äh, genau. Und das wundert mich ein bisschen. Also, ähm, zu den ganzen vergebenen Chancen, die wir hatten, kommen wir gleich noch. Also es hat mich ein bisschen geärgert, dass er die nicht reingemacht hat. Da habe ich mir gedacht, du sollst eigentlich... Ja, das war ja aber auch so ein bisschen so, in den letzten Spielen schon so, da hat er ja auch so ein bisschen seine Probleme gehabt mit der Chancenverwertung. Aber es wird wahrscheinlich auch so sein, ähm, der muss einmal treffen und dann ist er genug und wieder geplatzt. Das ist auch kein Plan. Ja, genau. Äh, ja, die andere, äh, verletzungsbedingte Auswechslung war ja Preetlo für, ähm, für Kobel. Äh, ich habe nach dem Foul, ich habe es auch nur im, ähm, im, ähm, im Fernsehen gesehen und deswegen habe ich relativ schnell gesehen. Äh, das, also meiner Meinung nach war es kein Foul von dem, von dem Vierter, äh, von dem Nilsen war es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Also er tritt ihm aufs, aufs Knie und es sah schmerzhaft aus. Ähm. Keine Ahnung, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich müsste jetzt irgendjemand fragen, der vielleicht mal selber Fußball gespielt hat, wie realistisch das ist, da noch zu stoppen oder einfach dann früher zum Sprung anzusetzen und da einfach über dieses Knie drüber zu kommen, ja. Also kein Plan, ob man das jetzt als faul werden will oder so, das will ich mir auch nicht anmaßen. Es war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, scheiße, jetzt hast du, du musst dir den Torwart rauswechseln und, ähm, jetzt hast du irgendwie schon echt Pech und ich war mir halt auch nicht im ersten Moment, dachte ich mir so, oh mein Gott, das sah jetzt echt nicht gut aus. Was hat der jetzt? Weil der ist längerfristig aus. Ähm, aber man muss dann eigentlich echt sagen und das muss man dem Fabian Bredlow echt zugutehalten. Der kam rein, der war voll da. Und, ähm, also der war, hat das System von Walter eigentlich auch eins zu eins gespielt, so wie, ähm, Kurbel das gemacht hat und, ähm, das fand ich echt, also der war echt stark unterwegs. Ich fand ihn sogar teilweise noch ein bisschen offensiver als Kurbel, ne? Also der ist ja ein paar Mal wirklich vor den 16er rausgelaufen, da war diese eine Szene, wo er vor den 16er rausläuft ähm, und dann noch den Ball spielt oder halt auch hinten raus mal, äh, diesen einen flachen Ball, den er, wo ich dachte, boah, meine Fresse, ey. Ähm, ja, also. Ja, genau. Oder auch, also diese eine Parade, das war schon, boah, da hab ich mir schon gedacht, ja. Dafür, dass er halt auch eigentlich jetzt im Moment wenig Spielpraxis hat. Das ist ja auch so eine Sache, wo du bei einem Torwart immer sagst, ähm, okay, ähm, kann der das jetzt einfach so da reinkommen und dann wirklich, ähm, seine volle Leistung ab, ähm, abrufen. Das, das war bei ihm überhaupt nicht sichtbar, dass er dadurch irgendwie nicht, äh, also, dass er irgendwie nicht im Rhythmus ist. Also der kam und, und, ähm, hat gespielt, als wäre er, als, als wäre es das Normalste auf der Welt, jetzt mal kurz den, den, ähm, Ding zu ersetzen, den Kurbel. Und, ähm, das hatten wir in der Vergangenheit oft nicht so. Ich erinnere mich mal da noch an ein, ähm, Spiel, wo damals noch Flachodimus, ähm, Tüton ersetzen musste, dass die absolute Vollkatastrophe war. Also das, das denke ich mir so da, ähm, das ist echt schön, dass man da im Endeffekt so außen voll entschöpfen kann und weiß, man hat halt auch echt noch eine gute Nummer zwei auf der Bank. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das in der ersten Liga aussieht, aber jetzt für die Zweitligasaison, ähm, bin ich echt froh. Also ich bin, von Kurbel bin ich total begeistert, der hat ja schon letzte Woche super gespielt. Ja. Aber ich bin auch echt, ähm, erleichtert, dass, wie du gesagt hast, dass man mit Pretlow halt einen zweiten Mann hat, der näher an dem, an dem Leistungsniveau dran ist, weil das hatten wir auch letzte, letzte Saison nicht. Ähm, das konntest du ja nicht miteinander vergleichen. Also Karl, äh, der war ja nicht mehr ansatzweise an, äh, an Zieler dran. Und Zieler, und Zieler hatte ja schon Probleme teilweise. Und das finde ich, das finde ich echt gut. Ja, ähm, ja, dann, äh. Ja, und das Ding ist halt, das Ding ist halt auch im Endeffekt, wenn du so Spiele wie gestern siehst und siehst, mit welcher Härte da halt teilweise gespielt wird, da kann halt auch bei einem Torwart mal schnell was passieren. Ja, eben. Und dann ist es halt gut, dass du halt echt eine Nummer zwei hast, die gut funktioniert. Ja, dann lass doch mal grad über die, über die Härte sprechen. Ähm, fandst du es insgesamt ein hartes Spiel von den, von den Fördern? Ja. Ja, ja, und ich, also, ich fand es schon, schon heftig teilweise. Und ich fand halt eigentlich auch, dass der Schiri schon auch dazu beigetragen hat, dass es so hart war. Also ich hab, wie gesagt, ja, ich hab das schon ein paar Mal erwähnt, ich hab ja selber eine Wollebe-Ausbildung, ähm, Schiri-Ausbildung. Und, ähm, da hat meine Ausbilderin zu uns gesagt, naja, es kommt halt immer da drauf an, was du zulässt. Ja. Also, was, was, was du zulässt und was du nicht zulässt. Gut, beim Volleyball ist es jetzt nicht so, das ist jetzt kein körperliches Spiel. Aber zum Beispiel gerade so Sachen wie halt Trainermeckereien oder solche Dinge, die passieren da halt dann doch auch öfters, gerade halt auch in den niedrigeren Spielklassen. Und, ähm, das ist halt immer, du, du gestaltest als Schiedsricht dieses Spiel. Und, ähm, er hat es für mich gestern einfach nicht gut gemacht. Ich fand halt einfach, der hätte da wirklich mal vorher schon einen von den Fürth und Runder stellen müssen, der, na, wie hieß er? Storx. Storx. Oder meinst du den Fürth-Spieler? Nee, nee, ich meine den Spieler von Fürth, der auch das grobelfaul war. Ja, genau. Hast du den Namen gerade vorhin gesagt? Nielsen, den Nielsen, ja, ja, genau. Ja, Nielsen, Nielsen. Also, das war echt einer von denen, der für mich am schlimmsten war. Das ging gar nicht. Und, ähm, ja, das... Fand ich, also ich fand es echt hart. Und, wie gesagt, ähm, auch dann dieses gestern, äh, irgendwie haben sie ja heute auf Twitter wieder gepostet. What a fight? Und dann waren da so Bilder dabei, wo er irgendwie, ähm, wo der Fürther irgendwie in Suha halb am Hals hängt. Und dann noch eins, wo, glaub, ähm, Förster schmerzverkrümmt mit dem Kopf auf dem Boden liegt. Also, ich finde es einfach nicht witzig. Also, entschuldigen. Klar, natürlich, eine gewisse Härte gehört dazu. Und das ist natürlich auch ein Los der zweiten Liga, dass härter gespielt wird wie in der ersten Liga. Und wir sind auch selber schuld, dass wir in der Liga spielen müssen, ja. Ja, genau. Aber trotzdem finde ich, fand ich gestern schon teilweise echt grenzwertig. Ja, mir geht auch dieses, äh, wir haben geil gekämpft und bla 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 richtig auf den Sack. Und ich meine, wenn wir jetzt mal auf den Herrn, äh, Seguin, wie auch immer, zu sprechen kommen, äh, den, äh, Fürther, der, ähm... Ja, also, sorry, das geht halt überhaupt nicht, ja, sich diese eine Szene mit Gonzales, wo dann Gonzales, und damit kommen wir zur dritten Auswechselung, wo dann Gonzales ausgewechselt werden muss, äh, verletzt, weil, also, ich verstehe es nicht, der Linie, der Vierte Offizielle steht daneben, ja, und der Nils, das ist ja auch wieder Nilsen, genau, der Nilsen drängt ihn ja so ein bisschen ab, wo ich noch sage, okay, das ist noch irgendwie ein normales Fallkampf, fertig. Und dann zieht er da voll durch und tritt dem Gegenunterschenkel, und dann denke ich mir so, und dann, das Allergeilste ist, dann dreht er sich noch um zu ihm und preizt die Arme so aus und sagt, ja, was denn, ja, und dann will er sich hinterher noch entschuldigen, und das ist dafür, also, klar, gelb, also, aber so die Art und Weise, ja, Ball ist weg, der Ball war schon lange weggespielt aus diesem Zweikampf mit Nilsen, und da nochmal so durchzuziehen, also, das ist dann, wenn's, wenn's nicht irgendwie, ähm, eine Tätlichkeit, aber wenn's halt kein Foul ist, dann ist es halt, äh, fahrlässig einfach da so durchzuziehen, ja, weil du hast ja, der ist ja noch ein Spieler neben ihm, ist ja nicht so, als ob ihn, also, ganz ehrlich, wäre das Santiago Ascaciba gewesen, den hätte er auf den Platz gestellt, also, nur mal so als, als Gegenbeispiel, ja, also, ja, keine Ahnung. Und dann nochmal zum, zum, zum Schiedsrichter, was du gerade gesagt hast, ich hab auch mal bei Baseball eine, äh, eine Schieleausbildung, äh, gemacht, und, äh, du musst halt so ein Spiel managen, ja, und, äh, es ist halt schlecht, wenn du die ganze erste Hälfte keine gelbe Karte zeigst, und, viel laufen lässt auf beiden Seiten, ich mein, Bart Stuber hat, glaube ich, auch mal ganz ordentlich zugelangt gegen die Nilsen, ähm, und dann eskaliert das, und dann, das war dann, ja, und dann, als der, als der Kalijuri dann den, ähm, die Davi quasi mit, äh, Halbzeit für von Beinen holt, und die Davi ausrastet, und dann gibt er halt beiden gelb, ja, und da hast du halt schon das gemerkt, das Spiel entgleitet ihm halt völlig, gerade, äh, weil das war dann so von 0 auf 100, was die, was die, was die Verwarnung anging, und, ähm. Und, ähm. Die da hat dann, glaube ich, auch noch ein bisschen hinterhergibt, mein Gott, wie gesagt, keine Ahnung, hätte er vielleicht auch nicht unbedingt müssen, aber in der Situation, wer kann es ihm so denken? Eben, und wenn du siehst, wie Kalijuri ihn da umhaut, wirklich auch mit, weißt du, mit Halbzeit, das ist die Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, wenn es jetzt irgendwie, weißt du, die Relegation letzte Minute wäre, oder sowas, aber, da noch so reinzugehen, und wir haben ja noch eine Szene in der ersten Halbzeit, über die ich mich furchtbar aufgeregt habe, und zwar das, ähm, das Handspiel, ähm, von Maffrei, ja, wo die Davi schießt, und, äh, Maffrei, also für mich ist es ein glasklares Handspiel, er verkörpert seine Körperfläche, also man weiß ja mittlerweile nicht mehr, äh, wie die, wie die Handspielregel auszulegen ist, ähm, er ist es eine aktive, also er hält den Arm halt unten, klar zieht er ihn hinterher weg, aber das machen alle, die irgendwie die Hand in den Ball halten, die ziehen die alle hinterher weg, ja, ja, äh, und Absicht ist ja auch nicht mehr ausschlaggebend scheinbar, also, ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, vor allem, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob jetzt der VAR da eingegriffen hat, oder, ich weiß nicht, warum sich der Storchsatz nicht mehr anschaut. Nee, gar nicht, das ist es halt, da hat gar niemand, da wurde überhaupt nicht eingegriffen, also der, der hat gar nichts auf so bekommen, das, das hast du ja gesehen im Fernsehen, sonst hätten die das ja auch eingeblendet, dass sich Köln irgendwie einschaltet, also keine Ahnung, ob die im Keller wieder geblendet haben, oder was das Problem war, also, ja, also ich fand's unmöglich. Sowas, wo ich mir gedacht hab, hey, ähm, bei der anderen Mannschaft hätt's den wahrscheinlich, ähm, gegeben, den Anspiel. Ja, und da hätten wir vielleicht schon früher vorne gelegen, ähm, und so haben wir halt nach dem frühen, also vielleicht können wir nochmal auf die Tore kurz so sprechen, äh, die Davi nach 90 Sekunden, äh, nach einer Flanke von González, und dann legt, äh, Wamangituka den ab, dann müssen wir wieder zwei Minuten warten, äh, bis dann wirklich jeder gesehen hat, dass sich, Wamangituka den Ball nicht an die, an die Hand köpft, dann macht die Davi in Rhein, ähm, und ich dachte so, hm, geil, ähm, hätte ich es nicht mit gerechnet, vor allem, weil man ja gesehen hat, wie, wie Fürth dann auch gepresst hat, vielleicht können wir jetzt mal endlich mal einen, äh, überzeugenden Sieg rausschießen, hast du auch gedacht, oder? Ja, 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 das war auch so mein erster Gedanke, so, oh je, das wird ein Kantersieg, und du bist jetzt halt irgendwie nicht im Stadion gegangen, und dann dachte ich mir so, also, wir waren irgendwie beide so der Meinung, wow, das wird jetzt echt ein geiles Spiel, und, ähm, das kriegen sie hin, aber, ja, wie gesagt, ich glaube halt dann auch, diese Überprüfung, das hat ja dann auch wieder eine Weile gedauert, bis dann klar war, ähm, ist das jetzt ein Tor oder nicht, und das ist halt auch sowas, das mich an diesem Video, das ist so dermaßen anpisst, wie lang dauert das denn bitte? Die, die, die sitzen doch, klar, natürlich, die sitzen irgendwo in Köln, aber das muss doch innerhalb von, in anderen Sportarten ist dieser scheiß Videobeweis innerhalb von zwei, drei Minuten da, äh, nee, da dauert es gar keine zwei, drei Minuten, da läuft der Schiri raus, guckt sich das an und entscheidet und dann ist gut, ja? Und, und, warum kriegt man das bei so einer Sportart wie Fußball, die in Deutschland die größte Sportart ist überhaupt, ähm, nicht auf die, auf die Kette? Das, das ist sowas, wo ich mir immer denke, hey, geht's bei euch eigentlich noch? Dann führt's doch nicht ein, wenn du's irgendwie technisch nicht hinkriegt oder sonst irgendwas, also, kein Plan. Ich hab mir auch schon oft überlegt, ob's besser wäre, wenn halt quasi dieser Videoassist im Stadion wäre. Weißt du, dass die draußen sitzen, irgendwo oder irgendwo oben auf der Presse-Tribüne und mehrere Bildschirme hätten und der Schiri dann direkt dorthin laufen kann und gucken, das... Also kann er ja, aber, ne? Ja, ja. Naja, mit denen zusammen... Ja, aber, ja. Weißt, also halt ohne diese, diese Trennung mit diesen komischen Zuschalten und was weiß ich was und, ja, das ist aber irgendwie für mich, wie gesagt, ich glaub, da diskutiert man im Kreis und, ähm... Ja, wir haben ja auch schon tausendmal drüber gesprochen. Eigentlich kannst du nur noch, nur noch hoffen, dass die das halt irgendwann, ähm, wieder schmeißen oder wieder canceln und sagen, hey, ähm, wir machen jetzt wieder Fußball ohne Videoassist oder dass sie's halt so reformieren, dass es halt nicht diesen kompletten Spielfluss kaputt macht. Das ist halt so das, was, ähm, was blöd ist. Ja, mich nervt zu einem dann auch, weißt, wir hatten das Ding gegen Aue, was ein ganz, was ein glasklarer, ähm, was ein glasklarer Elfmeter ist. Wir hatten jetzt wieder das Handspiel, wir hatten irgendwie, äh, die Geschichte mit, mit, äh, González, wo ich mir denke, ja, okay, der hat halt eine Gabe gegeben, deswegen kann man's hinterher nicht nochmal reviewen, aber, ey, ganz ehrlich, dann macht's doch richtig oder lasst es bleiben und, also, mich, also, wir haben jetzt gut reden, weil wir halt Tabellenführer sind und beide Spiele, also gegen Aue halt, dann zumindest unentschieden gespielt haben, äh, und hier jetzt halt, ähm, gewonnen haben, aber es nervt einfach so, weil es, das ist die dritte Saison, ja, okay, die zweite Saison in der zweiten League, aber das ist ja egal, also, die Leute sind ja die gleichen, der Verband ist ja der gleiche. Ja. Und es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert einfach nicht und es nervt halt so ungemein und dann lasst es halt einfach. Naja. Ja, genau, das war halt auch so mein Gedanke. Ja, so viel eigentlich zum, zum Schiedsrichter und zum Seguin haben wir auch schon gesprochen, ähm, kurz noch zwei, äh, zwei Leser, das sind Hörerredaktionen, auf Instagram hat der Jörni 1893 geschrieben, über den hat man schon gesprochen, Man of the Match war für mich Bredlo, kam rein, war Fehlerfrei und hat mit einigen Megaparaden die Vierte nicht ins Spiel kommen lassen, sehe ich auch so, äh, und der. Ja, genau, das ist ja das, was ich auch schon, schon gesagt habe, dass ich den echt, ähm, ja, im Endeffekt faszinierend fand. Ja, ja, und der, der Nero, äh, auf Twitter at Nero 82 86 41 64, ähm, hat geschrieben, dass der Schiedsrichter nicht gut ist, wenn er im VfB-Spiel fällt, wissen wir doch alle, das Spiel war schlicht, er hätte mir Massimo noch gefallen, um bei Konter noch gefährlicher zu werden, ähm, ja, also ich, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf das, ähm, auf den, die ganze Zeitraum zwischen dem 1-0 von Didavi und dem 2-0 von Förster, nach, äh, nach, äh, dem schon angesprochenen langen Ball von Klement kommen, und zwar hat uns der Daniele, der war letztes Jahr schon mal Gast bei uns, hat uns eine Sprachnachricht, äh, dazu geschickt, äh, die würde ich mir gerade einspielen und dann können wir darüber nochmal sprechen, was er zu sagen hat. Servus und hallo an die Runde, Daniele hier, ich durfte vor ungefähr einem Jahr zu Gast bei Rund um den Brustring sein, ähm, das war nach dem einzigsten Auswärtssieg der letzten Saison in Nürnberg, und, ähm, meine Frage an die Runde wäre, nach dem 1-0 gegen Kreuter Fürth, das ja sehr, sehr früh erzielt wurde, hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, der, der Zug nach vorne ging so ein bisschen verloren, und das ist aber etwas, was mir schon in vielen Spielen auffällt, dass, sobald man in Führung liegt, man so ein bisschen Larifari spielt, nochmal ein Pass weniger spielt und versucht nochmal ein bisschen den Gang rauszunehmen, ähm, diese Garligkeit auf das zweite Tor oder auf das nächste Tor, fehlt mir da etwas. Meine Frage an die Runde wäre, war das gestern bedingt durch das doch sehr harte Spiel durch, ähm, durch Kreuter Fürth, das sehr, sehr, sehr körperliche Spiel, oder ist das etwas, was im System Walder einfach so stattfindet, dass man dann andere Pässe spielt, andere Spielwege geht, das würde mich sehr, da würde mich sehr eure Meinung interessieren, ansonsten ganz lieben Gruß von mir, ähm, höre euch, wie gesagt, immer noch sehr, sehr gerne jede Folge und wünsche euch auch bei dieser Aufnahme sehr viel Spaß, bis dann. Jo, vielen Dank erstmal an den Daniel für die Sprachnachricht, ähm, ja, ist die Frage, konnte der VfB sein Spiel nicht so durchziehen, ähm, oder sind wir so nach dem 1-0 stecken geblieben, weil die Vierter so, so aggressiv gespielt haben, was meinst du? Ja, ganz schwer zu sagen, also was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass er, ähm, nicht wirklich mehr offensiv spielen wollte, war ja dann quasi, dass er den Gonzalez dann quasi gegen, äh, Sousa ersetzt hat. Genau. Da habe ich mir dann gedacht, okay, er hätte jetzt schon noch mal die Möglichkeit gehabt zu sagen, hey, ich bringe noch einen offensiven, und wir gucken mal, was passiert, ähm, ob jetzt die Härte am Offensivspiel gelitten hat, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tim Balter einer ist, der zu denen sagt, haut die Bremse rein, ähm, das ist jetzt so aggressiv, passt auf, dass ihr euch nicht kaputtdampfen lasst, so. Nee, das glaube ich auch nicht. Also das kann ich mir von ihm jetzt eher nicht vorstellen, also, keine Ahnung, ich habe auf Twitter heute irgendwie mal so grob was gelesen gehabt von wegen, so, naja, die wissen, was sie können, und das ist das Problem dahinter, ähm, dass sie halt genau wissen, was sie können und wie gut sie sein können, aber das halt manchmal nicht zu 100 Prozent abrufen, und das ist halt, glaube ich, eher so ein Thema, dass das noch, ähm, das da irgendwie mit reinspielt, dass die manchmal halt einfach irgendwie, ja, denken, naja, jetzt würden wir 1-0, jetzt stellen wir uns mal hinten rein, und dann wird es schon irgendwie reichen, und, ähm, ja, dass dieses Siegeswillen, von dem er immer spricht, ähm, Tim Walter, dass, dass das halt irgendwie noch nicht so ganz bei denen angekommen ist, oder, klar, dass Siegeswillen da ist, aber halt nicht der, der Willen nach dem Kanterzug, ich weiß es nicht, aber dazu müssten wir jetzt irgendwie, ähm, ähm, äh, Tim Walter sein, um da irgendwas, ähm, Mut zu maßen. Ja, also ich, ähm, ich kann mir auch, also das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich auch habe, dass die, ähm, das halt bisher immer gut gegangen ist, ja, ich sage ja irgendwie nach jedem Spiel, ähm, irgendwie so, ja, das ist jetzt wieder gut gegangen, aber warte mal, bis wir auf eine Mannschaft treffen, die das ausnutzt, ähm, und dann geht's halt irgendwann nicht mehr gut, und, ähm, ähm, äh, ist dagegen, wenn wir am Freitag spielen, genau. Und deswegen, es nervt mich halt so ein bisschen, ich fand's halt teilweise einfach so ein bisschen schlampig, also dieser eine Schuss von Förster, ich weiß nicht, ob du den noch vor Augen hast, wo er schießt, und der Ball, wo er dann aber überhaupt nicht trifft, aber so aus, keine Ahnung, aus dem, aus dem Strafraum, der hält, ähm, die da wie noch einen Fuß rein. Ja, der hat ballert, ballert da dann irgendwie drauf, und, und irgendwie, aber halt irgendwie so nach dem Motto, naja, ich habe jetzt halt mal draufgeballert, ich habe gezeigt, ich kann's und ich will's, aber irgendwie so, dass es jetzt wirklich was gebracht hätte, äh, war's halt nicht, er hätte halt dann eher nochmal nach rechts oder links rausspielen sollen, und man hätte dann halt irgendwie versuchen sollen, sich so durchzutanken, dass, oder halt dann nach hinten in die Abwehr, das war halt irgendwie so, ja, komm mir heute nicht, komm mir morgen, sag mir Schwäbisch. Ja, und das, die Sache ist, gegen Mannschaft, die sich irgendwie hinten reinstellen, wo du mehr Platz hast, da geht das irgendwie, ja, da hast, kommst du dann vielleicht noch zu deinen Toren, irgendwie, gegen Bochum, ja, das ist 2-1 von González, ja, das, das geht dann irgendwie, ja, ähm, aber wenn du halt so stark unter Druck bist, und, äh, wie gesagt, Fürth hatte auch wieder seine Chancen, dann wird's halt schwierig, und ich fand's auch nicht gut verteidigt, also ich hatte so insgesamt, äh, schlechtes Saisonspiel hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, aber ich fand, es hat eigentlich, wenn wir mal von Bredlo absehen, über den wir ja schon gesprochen haben, und vielleicht noch Badstuber, ähm, ich fand die heute, äh, nicht heute, gestern, ich fand die am Samstag alle, alles nicht gut, also alle unter ihren Möglichkeiten. Ne, ja, das definitiv, ja. Also egal, ob das jetzt... Guti Dabi hatte wieder ein paar, paar gute Aktionen, aber der könnte meines Erachtens nach auch mehr, ähm, und jetzt so der Rest, so ein Insura zum Beispiel, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, ähm, auch die, die weitere Abwehr, irgendwie waren sie halt alle ein bisschen farblos, gell? Kämpf auf, dieser eine lange Ball, den der Ruh des Laufsdörfs verloren hat, ja. Ähm, so super zufrieden kann man nicht sein, aber wir haben das immerhin gewonnen, und, ähm, jetzt gucken wir mal, was, was weiter passiert. Ja, also das ist es halt irgendwie, ähm, wir, wir, also wir meckern irgendwie jedes, jede Woche, oder ich zumindest, ich denke, jetzt mach meine Fresse, ey, mach's doch, mach doch mal den Sack zu endlich, und wir gewinnen aber trotzdem, sind Tabellenführer, äh, und, ähm, ja, eigentlich können wir nicht meckern, ähm, aber auf der... Hashtag schwieriger als Obenverhältnis. Ja, wie gesagt, ich hab's ja letzte Woche auch schon gesagt, das Problem ist halt, du kannst dir halt nicht viele Fehler erlauben, äh, also wenn du dann wieder, äh, und dann kommen wir vielleicht gleich nochmal, ähm, auch auf die nächsten, auf die nächsten Gegner, oder auf die Konkurrenz, wenn du halt siehst, wie Hamburg und, äh, und Bielefeld dieses, dieses Wochenende gespielt haben, ja, Hamburg hat heute 4-0 gegen, äh, Aue gewonnen, und, ähm, und Bielefeld hat, äh, 5-2 in, in Wiesbaden gewonnen, ähm, ja, klar, das, das waren jetzt auch nicht vielleicht, also, Aue, ich hab's Spiel heute nicht gesehen, ja, vielleicht war Aue auch neben der Spur, und Wiesbaden ist ja sowieso nochmal so ein Thema für sich, ich hab mir die Zusammenfassung gestern mal herangeschaut, äh, also die, bisschen aufsteigen, ja, und die Tore, also das war, das war wirklich Slapstick, ja, also bei dem einen, bei dem einen, äh, Tor von, von, äh, Bielefeld, da hat der Torwart von Bielefeld einen Abschlag gemacht, relativ weit in die gegnerische Hälfte, und dann war da ein, äh, ein Wiesbadener Verteidiger gegen zwei Bielefelder Angreifer, war aber zuerst am Ball, und dann hat er aber, ist er so komisch in den Ball reingekrätscht, dass er quasi dem Bielefelder den Ball vorgelegt hat, und dann hat der Torwart praktisch einen Konter eingeleitet, ja, also wo du normalerweise sagst, okay, ein Verteidiger gegen zwei Stürme ist vielleicht auch nicht so optimal, aber dann köpfst du ihn halt raus, und der hat den so doof weitergeleitet, also, das war schon ziemlich Slapstick, das heißt, ich weiß nicht, wie gut Wiesbaden ist, ähm, aber trotzdem, das macht mir halt so ein bisschen, so ein bisschen Sorgen, ähm, dass es halt doch immer mal schief geht, und dass du halt dann doch so viele Spiele verlierst, dass es halt nicht für Platz, für Platz zwei erreicht, schauen wir mal, ähm, nur noch ganz kurz zum Fürth-Spiel, ähm, was ich wirklich interessant fand diesmal ist, dass wir diesmal die schlechteren Statistiken hatten, äh, als der Gegner, das hatten wir diese Saison noch gar nicht, wir hatten nur 45% Ballbesitz, nur 46, äh, gewonnene Zweikämpfe, ähm, wir haben nur, nur 278 Pässe gespielt, ja, also viel weniger als Fürth, ähm, äh, gut, Passquote ungefähr das gleiche, äh, aber es ist halt schon krass einfach, ähm, dass du, äh, also es ist halt ungewöhnlich, dass wir die schlechteren, äh, die schlechteren Statistiken sozusagen haben, aber diesmal waren wir halt erfolgreicher, ähm, ja, wobei ich halt immer noch ein bisschen das Gefühl hab, dass es halt mehr individuelle Klasse ist, also auch wie Förster sich da beim 2-0 durchsetzt, als dass es halt wirklich so, ja, wir können halt unser Spiel irgendwie überhaupt nicht aufziehen, das halt, das ist halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen schade gewesen, ähm, Tim Walter, was ich eben noch, äh, ganz gut fand, war, dass Walter und auch, äh, Missynt hat das aber auch entsprechend gut einordnen können, ne, also Walter sagt irgendwie, ähm, wir haben weniger Arbeit gegen den Ball verrichtet, sind weniger mit Ball gelaufen, ähm, und wir haben gedacht, dass es von alleine geht, und das finde ich immerhin mal gut, dass Walter sowas auch anspricht, äh, das bin ich von, äh, Weinzier beispielsweise, ähm, ja gut, ich meine, manche Spiele konnte nicht mehr schön reden, aber irgendwie, ja, genau, aber ich finde es gut, dass Walter das so anspricht, ähm, und, ähm, ja, das müssen wir mal schauen, wie es, wie es, äh, jetzt den nächsten Spielen geht, ähm, es ist ganz interessant, wir spielen jetzt als nächstes gegen Bielefeld am Freitagabend, äh, die sind jetzt Tabellendritter, wir sind weiter Tabellenführer, dazu schon reiht sich Hamburg ein, ähm, bei den Verletzungen muss man jetzt mal schauen, also es hieß wohl, dass Kobel vielleicht schon wieder spielen kann am Freitag, und auch die anderen Sachen sind wohl, ähm, ähm, Missynt hat das gestern, glaube ich, gesagt, das sind alles, äh, ich glaube, das sind Gott sei Dank alles Themen, die wir relativ schnell lösen können, trotzdem muss man Bilder abwarten, also, äh, González wäre halt bitter, weil der einfach seine Tore macht, äh, ja, also soweit, soweit ich weiß, war heute noch mal was, da hat er noch mal gesagt gehabt, dass, ähm, dass man bei Kobel jetzt definitiv Entwarnung geben kann, dass der halt jetzt wirklich, ähm, ähm, äh, unter Umständen sogar nächste Woche schon wieder dabei ist, bei Castro, ähm, ist wahrscheinlich auch nur eine Prellung, und bei González weiß man noch nicht genau, und das ist ja immer so ein Zeichen, wo ich mir denke, naja, wenn die sagen, sie wissen noch nicht genau, hm, bei Castro, ich hab's auch gar nicht, ich hab das auch gar nicht gesehen, wie die, wie die Verlustung zustande gekommen ist, hast du das auf dem Schirm? Nee, nee, gar nicht, ich hab erst gedacht, das wäre ohne Fremdeinwirkung gewesen, aber es muss wohl irgendeine Fremdeinwirkung gegeben haben, aber ich hab echt, leider, leider Gottes, das auch nicht so genau gesehen, weil das halt irgendwie quasi mehr oder weniger auch dann noch mit diesem Tor einherging und dann noch mit diesem Torwartwechsel und dann hatten wir zweimal gewechselt und also es war auch im, im, auf den Fernsehbildern ist so ganz deutlich zu sehen, meiner Meinung nach. Ich seh grad, wir haben noch eine Hörerfrage übersehen, vom Ed Canstard93. Flo Poro. Genau, der Flo Poro. Er hat geschrieben, ich fand, die Mannschaft hat die unsaubere Gangart des Gegners erstaunlich gut ohne eigene Fouls weggesteckt. Früher hätte man sich provozieren lassen, was sagt ihr dazu? Von Diago Ascaciba war nicht auf dem Blatt, nee, Spaß. Nee, also ich glaub wirklich, dass Ascaciba, der wäre da durchaus noch mal eskaliert, glaub ich, bei, also, ähm. Ja, also, ich glaub, so ein Daniel Didavi, der, der hat sich da ja dann irgendwie beherrschen können, da kurz nach der Halbzeit, aber ich glaub, wenn das Santi passiert wäre, den hätten sie uns wieder für sechs Wochen gesperrt, weil er dann wieder einen angespuckt hat. Ich glaub, der, ich glaub, der Santi, der hätte den Seguin rasiert, nach der, nach der Szene, glaub ich. 100%. Ja, ich find das ja, es ist ja ein bisschen gemein, aber ich find's ja irgendwie lustig, dass er ausgerechnet, dass er gerade den Fehlpass vom, vom 2-0 spielt und dann wegen Krampf, äh, ausgewechselt werden muss, das ist, ähm, ja. Man wünscht keinem eine Verletzung, aber das war halt Karma und ganz ehrlich, jemanden, der so durchzieht und jemanden den Unterstand wegtritt. Äh, und dann heute noch, was hat er bei Instagram geschrieben? Äh, unverdiente Niederlage, oh, ich bin ja, ey, Leute. Unverdiente Niederlage. Ja, und wie ich schon dachte, mir geht dieses Ganze, dieses Ganze ist tretenweise kaputt, wenn wir so schon die spielerischen Spiele sehen können, mir geht das so auf die Nerven in dieser Liga. Naja, gut. Ähm. Was, bitte? Dreisiger Niveau. Ja. Äh. Wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir ihnen zumindest den Rasen kaputt. Ja, oder die Schienbeine. Oh, die Knochen. Ja, genau. So, jetzt Freitag, wie gesagt, in Bielefeld, da bin ich mal echt gespannt. Ähm, die haben ja auch schon relativ viele Tore geschossen. Also, lustig ist, dass wir immer, also bis zum, oder die letzten Spiele immer die Mannschaft, äh, gegen die Mannschaft gespielt haben, die vorher gegen Wiesbaden gespielt hat. Das hab ich jetzt beim Podcast stattgehört. Weil Fürth hat auch schon vorher gegen Wiesbaden gewonnen, ähm, und jetzt, äh, Bielefeld, wie gesagt, äh, jetzt fragen wir am Freitag nach Bielefeld und danach spielen wir zu Hause gegen Wiesbaden. Wiesbaden ist, äh, Tabellenletzer mit einem Punkt. Bielefeld, äh, auf Platz 3. Ja, wenn wir da nicht gewinnen. Ja, also, ich würde gerade sagen, zu Hause gegen Wiesbaden, ich meine, die machen auch ab und zu ihre Tore. Die haben ja gegen Bochum da das, äh, 3-0-Führung gehabt und dann, ähm, noch unentschieden, äh, also 3-0, äh, hinten gelegen und dann noch, äh, ausgeglichen. Aber da muss dann einfach mal ein deutlicher Sieg. Das ist so wie, was hatten wir denn in der, in der, in der Zweitligasaison, in der letzten Zweitligasaison, was wir so deutlich weggemacht haben, war Fürth wahrscheinlich, ne? Voll. Und Aue. Fürth, äh, nee, in Fürth war das gar nicht. Doch, doch, das 4-0 im Hinspiel. Ja, ja, genau, da auch. Daheim ging es 4-0 aus und dort haben wir doch, glaube ich, aber... Verloren, in Fürth. Das ging doch, glaube ich, 0-0 aus in Fürth, oder? Nee, 0-1, 0-1. Ah, 0-1, ja, ja, da war ich nämlich, das weiß ich noch. Das war so ganz, ganz, ganz gedraubt am Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Spiel in Bielefeld. Was, was tippst du, wie, wie es, wie es ausgeht? Keine Ahnung, kann ich mich überhaupt nicht festlegen. Ich habe eigentlich die Vermutung, dass wir relativ hoch verlieren. Meinst du? Leider. Ich habe, ich denke, dass wir es verlieren in Bielefeld. Okay. Also ich hätte jetzt, also ich... Also rein von meinem Gefühl her habe ich so, dass da jetzt doch dann mal irgendwie, dass wir da echt mal 1 auf 30 kriegen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wäre nämlich so dieses typische, okay, irgendwann fliegt es dann halt mal auf die Fresse, weil es halt, ja, einfach nicht mehr gut geht. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir hoch verlieren, aber das Risiko ist schon da. Es wird auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall ein forderndes Spiel. Ich freue mich ja auch schon auf die Spiele gegen Hamburg, in Hamburg, weil das wird dann auch einfach nochmal eine Herausforderung. Klar, die anderen waren auch eine Herausforderung, aber das ist dann halt nochmal so ein Spiel auf Augenhöhe einfach und ich bin mal gespannt, wie sich, wie das weitergeht, auch mit Bielefeld in dieser Saison. Ich hatte die echt nicht so auf dem Schirm vor der Saison. Jo, dann würde ich sagen, haben wir alles zu dem Spiel, haben auch keine Hörerfragen mehr übersehen. Ich glaube nicht. Berichte aus dem Gästeblatt gibt es diesmal nicht, weil wir, weil es ein Heimspiel war und genau, dann kommen wir doch noch zu unseren weiteren Themen rund um Brustring. Wie immer nochmal der Hinweis auf den Dennis, der braucht immer noch unsere Hilfe. Ich habe gerade mal geschaut, momentan steht der Spendenaufruf, da steht die GoFundMe-Page bei irgendwie 47.000 Euro. Das heißt, die Hälfte ungefähr hat er schon und das Kommando Cannstatt und das Schwabensturm habe ich gesehen. Ich war ja nicht im Stadion, aber ich habe es bei VfB-Bildern dann gesehen. Die haben auch Spendenaufrufe gemacht und die haben, glaube ich, das Becherpfand, die haben das Becher, die sammeln ja immer das, man kann immer so einen Becherpfand spenden. Genau, die haben das Becherpfand dieses Mal anstatt für eigene Aktionen eben für ihn gespendet und haben auch auf ihn und die Sammelaktion in diesem Cannstatter-Brett, der das in der Kurve dann immer ausgeteilt wird, hingewiesen. Das ist echt eine gute Aktion. Ja, ich finde es auch cool, dass es auch so eine breite Unterstützung hat in der Kurve und so, dass da wirklich alle beteiligen. VfB wollte ja auch nochmal irgendwie was machen, zumindest hat er Hitzlsperger bei Twitter darauf geantwortet und hast du übrigens gesehen, dass der Hitzlsperger mit dem Fahrrad bei Twitter geschrieben. Er hat auch irgendein schwäbisches Wort benutzt, was ich nicht kenne. Ich oute mich mal wieder als Exil-Schwabe. Mit dem Geppel nach Cannstatt hat er geschrieben. Geppel ist halt quasi so dieser, es ist nicht unbedingt Fahrrad, es ist gerade ein Geppel kann zum Beispiel halt auch ein Moped leer oder sowas sein, oder so ein 125er oder sowas. Also manche sagen das auch, also bei uns ist es auch für Pferd manchmal ein Geppel. Also das ist halt quasi so ein Begriff für irgendwelche Fahrbaren untersetzt. Er hat auf jeden Fall ein Foto dazu gepostet, es ist ein Mountainbike. Gut, dann schauen wir nochmal gerade auf den Nachwuchs. Die zweite Mannschaft hat heute in der Oberliga gespielt und hat 6 zu 0 gegen Links gewonnen. Links liegt im Badischen, das hatten wir letztes Mal schon etabliert. Nächsten Samstag spielen es um 15 Uhr. Links liegt im Badischen. Ja, in Südbaden. Ja. Und am Samstag ist das nächste, nee, das nächste Auswärtsspiel, genau. Und zwar ganz bei dir in der Nähe. Nämlich bei der Neckarsolmer Sportunion. Ja, genau, bei der Neckarsolmer Sportunion. Genau, die mit der Abkürzung, die seit ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen, nein, ich will nicht sagen unpraktisch, aber ich glaube, die ärgern sich so ein bisschen drüber. Das Thema ist ja eigentlich, dass diese Abkürzung ja gar nicht unbedingt daherkommt, sondern das war ja, also die NSU, das war ja quasi in der Nägarsolmer eine Firma, das war die Nägarsolmer Strickwarenunion. Ah, okay. Und die haben auch, das gibt es quasi auch, gerade, weil man es jetzt gerade über Geppel hatte, das gibt es auch als Moped, also so diese kleinen NSUler, da gibt es auch in Neckarsolmer tatsächlich noch ein Museum, wo man sich das anschauen kann, also wenn da mal irgendwie Interesse besteht, also der Begriff ist nicht nur negativ belegt. Nee, das ist ja klar, es fällt einem dann halt so auf, wenn man den Verein nicht kennt und dann sieht man das plötzlich. Genau, also wie gesagt, der VfB mit einem Kantersieg und ist jetzt, ich glaube, Plümovic hat auch wieder getroffen und sah Pro Farkes, glaube ich, heißt er, genau 6-0 und ist jetzt wieder Tabellenvörter. Die U19 hat auch ihr Derby gewonnen, ich glaube, die U17 hatte ja ihr Derby schon ein bisschen früher in der Saison, 3-1 in Karlsruhe gewonnen, ist jetzt Tabellenzweiter, Achtelfinale im Juniorenpokal, hatten wir das jetzt mal schon angekündigt, ist im 5. Oktober in Leipzig und am Freitag spielen sie zu Hause gegen die Bayern und die U17 hat heute gespielt, lustigerweise in Fürth und spielt nächsten Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. So, dann schauen wir uns nochmal kurz unsere Leihspiele an. Ibanez Ophori, der war ja lang verletzt, war jetzt wieder im Einsatz, aber seine Mannschaft hat noch nicht wieder gespielt. New York City FC, ich muss ja mal kurz ein bisschen improvisieren, weil ich mir heute irgendwie nicht die Mühe gemacht habe, das vorher aufzuschreiben. Die spielen morgen Abend beim FC Dallas, genau, aber deswegen hat sich da seit unserer letzten Aufnahme nichts getan. Erik Hottmann hat gespielt für die SG Sonnenhof Großasbach in der dritten Liga. Die haben 90, die haben 90 Minuten, genau, die haben 2-0 bei Unterhaching verloren, beim Tabellendritten, vor dem Spiel, das sind sogar Tabellenführer sogar, Haching, und der hat dann 90 Minuten durchgespielt als Rechtsaußen. Dann geht es weiter mit Nikolas Nathai, den haben wir von Rostock, äh, von Köln geholt und nach Rostock verdient. Der hat bei Rostock auch durchgespielt gegen Zwickau im Zentralmittelfeld beim 1-1 auch 90 Minuten, äh, hat also, wurde jetzt, ja, letzte Woche eingewechselt, diesmal 90 Minuten durchgespielt, ähm, aber wir hatten ja auch schon, ich hatte mich ja mit einem Kölner, ähm, Fan, äh, unterhalten, der meinte auch, also eigentlich ist, äh, dritte Liga, ähm, ist zu niedrig für den. Er hat ja schon Regionalliga gespielt bei denen und eigentlich, äh, ist die dritte Liga eine Stufe zu niedrig für ihn, aber schauen wir mal, äh, wie der sich entwickelt. Ailton, äh, bei Karabak-Akdam, ähm, und die, äh, sind immer noch Tabellen Tabellenführer, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie, haben die gespielt schon, ne, genau, da ist auch das nächste Spiel, ich glaub, morgen erst, Moment, da guck ich nochmal kurz, das dauert jetzt ein bisschen länger als sonst, genau, die spielen morgen Abend gegen Sira FK, ähm, sind immer noch Tabellenführer und, äh, ja, so wie das in der Liga da läuft, äh, werden die jetzt, glaub ich, auch am Saisonende sein. David Kopatsch hat in, Moment, jetzt muss ich mal gucken, äh, der hat irgendwie so, einen Kaff mit Una, spreche ich nicht genau. Ne, diesmal bei Pogon Stettin, ähm, beim 1 zu 1 und da sind aber bei Transfermarkt keine Daten vorhanden, das ist natürlich super, ähm, ich nehme an, dass er gespielt hat, ähm, aber ich kann's euch nicht genau sagen und, äh, dann gucken wir nochmal kurz auf, äh, den, äh, genau, Maffeo, das ist halt in der zweiten spanischen Liga, das sollte eher sichtbar sein, genau. Genau, die haben, äh, gewonnen, äh, gegen Udi Las Palmas 1 zu 0 und er hat 43 Minuten gespielt, äh, wurde dann, ähm, scheinbar ausgewechselt, ich guck mal kurz. Heute alles mal ein bisschen, äh, improvisierter als sonst. Ja, Hauptsache es klappt, oder? Ja, eben, Moment, da guck ich nochmal kurz. Erstmal guck ich, was der Herr, äh, Kopatsch in Polen gemacht hat. Ähm, aber das findest du ganz interessant, mal immer so zwischendurch reinzugucken, also bei manchen Spielern ist es ehrlich gesagt wurscht, weil ich glaube, bei Ilton, der wird hier bei uns, äh, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen, ähm, bei Kopatsch. Nee, Maffeo auch nicht, Kopatsch könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal wiederkommt. Genau, also das könnte ich, das könnte ich mir auch schon eher vorstellen. So, warte, jetzt bin ich Polen. Wir können ja schon mal, äh, weitergehen zu, zu Erik Thommy, ähm, weil der spielt in der Bundesliga, die haben wir relativ gut im Blick, äh, die haben ja gegen Gladbach, ähm, äh, äh, verloren, 2 zu 1, äh, die Fortuna, und da wurde Tommi eingewechselt, äh, in der 58. Minute, äh, also auch nicht, ähm, auch nicht in der Startelf, so, und jetzt bin ich in Polen angelangt, angelangt, so, Moment. Soll ich vielleicht kurz, ähm, wenn du jetzt noch das, äh, polnische Ergebnis raus, äh, äh, suchst, sagen, wie es bei unserem Tippspiel steht? Ja, gerne. Ähm, und zwar sind da die ersten drei Plätze vergeben an den Goten 08, ähm, Platz 2 an den Blatt 1893 und, ähm, auf dem Borse-Rang ist gerade der Ball-Sulgor 6666, genau, also diese drei sind da gerade, ähm, ja, in den führenden Positionen. Sehr gut, wo, wo bin ich, weil ich war letztes Mal, wir haben immer einen Sechster, also seitdem ähm, schenke ich dem ganze... Also warte mal, ich, ich, ich guck mal, wer, ähm, wo du bist. Seitdem schenke ich dem ein bisschen, äh, Aufmerksamkeit. Ähm, ich glaube, ich hab jetzt gerade, ähm, was falsch gemacht, ich glaube, ich hab das waren jetzt die Gesamtübersicht-Spieltagspunkte, aber ja, doch, das passt. Solange das Stopft-Tippspiel nicht gelöscht hast. Nee, 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 ich glaub, das kann ich doch gar nicht, oder? Wo bist du denn, um Gottes Willen? Naja, nicht so wichtig. Ich kann dir aber mit einer anderen Info aufwarten, und zwar wurde Poplo-Mafia ausgewechselt nach 43 Minuten, und zwar mit einer Verletzung. Ähm, ja, also vielleicht, äh, wird der in den nächsten Spielen auch weniger zum Einsatz kommen und, äh, der Kicker braucht ewig zum Laden. Deswegen lassen wir den, äh, lieben Herrn Kuppert diesmal einfach außen vor. Ähm, genau, soviel zum Aktuellen, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, nämlich entweder auf Patreon oder auf Paypal, äh, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann kriegt ihr ein kleines Willkommenspaket, ähm, und, äh, Patreon ist halt eine monatliche Geschichte, und Paypal, da könnt ihr uns immer mal wieder, äh, unterstützen mit kleineren Beträgen. Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns, äh, ähm, eine Rezension da lasst bei, äh, Apple Podcast, wie es mittlerweile heißt, ähm, gerne auch, äh, also gerne eine nette Kleinigkeit schreiben oder eine kleine Nettigkeit, äh, und am besten fünf Sterne da lassen. Und ansonsten sagt einfach den Leuten, äh, dass es uns gibt. Achso, ich hab noch gar nicht gesagt, was machen wir mit dem, mit dem Geld, das ihr uns spendet, äh, damit lassen, äh, ja, wir kaufen zum Beispiel ein neues Headset für irgendjemand oder machen unsere, ähm, monatlichen Kosten für, für, für das Hosting vom Blog und solche Dinge, ähm, das, ähm, bezahlen wir davon auch. Oder wenn wir jetzt mal, ähm, uns dann doch immer treffen oder irgendwelche, äh, Interviews haben und da zum Beispiel was essen gehen oder so, dann, dann, dann nehmen wir das Geld dafür manchmal auch ab. Nicht immer. Und das kommt ja auch noch sehr selten. Genau, zum Beispiel die Pizza, die wir nach dem Kakao-Interview damals gegessen haben, haben wir von eurem Geld bezahlt und, äh, so Headshots und sowas genau, hast du auch schon gesagt. Gut, ähm, genau, ich hab noch mal geguckt, wir haben keine neuen Rezensionen, ansonsten lesen wir sie natürlich auch gerne vor, auch die Beschissenen, ähm, und, äh, ansonsten findet ihr uns hier immer auf rundumnebrustring.de, auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, äh, und überall, wo man Podcasts findet. Wenn ihr das genauso machen wollt, wie der, wie der Daniele, äh, und mit einer Sprachnachricht hier im Podcast auftauchen wollt, dann schickt uns einfach eine, soll, eben solche Sprachnachricht an, die 0157-511-08680, ähm, ähm, und, äh, dann spielen wir es hier ein, ähm, wir freuen uns immer darüber, wenn es, wenn es irgendwie Sprachnachrichten gibt, ähm, bei VfB-SDR machen die das ja mit so einer, ähm, mit so einer, äh, Stuttgarter Nummer irgendwie über so einen, äh, Online-Service. Ja, bei denen ist gestern aber die Mailbox komplett explodiert. Mhm. Ja, die haben, haben irgendwie gestern ganz, ganz schön viele Anrufe bekommen, also ihr dürft uns auch ganz schön viel anrufen, wenn ihr das möchtet, also oder eine Sprachnachricht schicken, weil wir uns auch sehr darüber freuen. Genau, ansonsten, ähm, vielen Dank für eure Fragen, auch vielen Dank nochmal an die Daniele für die Sprachnachricht, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Daniele. Genau. Genau. Wir, äh, sind wir heute fertig und, ähm, am Ende. Gut, achso, die nächste Aufnahme werden wir logischerweise irgendwie selbst erklärend nach dem Bielefeld-Spiel machen. Genau. Spiele es ja Freitagabend, mal schauen. Jemand hatte heute auch, äh, auf Ding gefragt auf Twitter, warum wir nicht mehr nach drei Spielen aufnehmen, ja, das hat einfach den einfachen Grund, dass wir halt, ähm, festgestellt haben, dass die Folgen einfach dann auch richtig lang werden und, ähm, da wir alle irgendwie zeitlich so ein bisschen eingebunden sind, ähm, beruflich, privat, et cetera, ähm, haben wir uns einfach dazu entschlossen, diesen kürzeren, ähm, kürzeren Aufnahme-Rhythmus zu wählen, um, ähm, halt auch einfach sicherzustellen, dass wir auch ordentliche Folgen haben und dass es einfach für uns auch vom zeitlichen Rahmen her passt, weil so mal kurz 45 Minuten aufnehmen ist dann doch was anderes, wie wenn man dann drei Spiele bespricht und da dann einfach auch drei Stunden oder so dran sitzt. Genau. Ihr könnt uns ja auch gerne mal Rückmeldung geben, was ihr von unserem kürzeren, unserem kürzeren Format haltet und was ja auch gut ist, dass wir nicht über ein Spiel sprechen, was irgendwie drei Wochen her ist. Also das hatten wir am Anfang mal, dass wir über, ähm, Spiele gesprochen haben, die ewig her waren und dachten so, ja, okay, hm, keine erinnerten sich mehr so richtig dran und jetzt war das Spiel halt gestern und ich denk mal, das ist für euch besser, das ist für uns besser. So, jetzt machen wir aber, äh, den Laden hier zu, ähm, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und, äh, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Vielen Dank.